Na ja... Maul auf! Oder was? Oder ich mach ein Mädchen aus dir! Entschuldigung, aber bei uns im Wien ist im Verhörraum kein Woff mehr. Schnauze! Ich mach hier die Ansagen, ist das klar? Ja, aber ich wollt ja nur... Ist mir egal! Schon gut, schon gut. Und du? Was greifst du so blöd? Bleib doch mal ruhig! Wir können unseren Wiener Kollegen doch nicht dermaßen schockieren! Udo, die Szene ist einfach scheiße! Udo!